hallo und herzlich willkommen zu let's play call of duty frei für alle auf vast wir spielen nur mit scharfschütze und der usb only headshot zu erinnern oder ich habe mich heute mal nicht als erstes genannt ich bin nicht der erste kill sein nein nimm deinen face alter jetzt hat florin hack an die reihe ich hab gedacht wenn alexis das darf ich auch jetzt hat ein alexis wieder gemacht der alter das gibt es nicht da guck hättest du hackern wärst du jetzt schon tot da guck ich weiß ja ja du hast hackern alexis ja du hast den hackern ja genau moritz du hast den hackern was ich hätte dann deine fresse genau im schalldämpfer hat schiff weiter mit dort soll ich bote knapp worauf und ich hätte ich fast gemessen weiter wenn er war schon in der mit fahrzeugen ein hdg genommen wurde durch er hat er wenn du stehendet wird der wie leise stehend ja ich glaube ja hinterher mir gerne wenn ich denke ihr lauft gerade auf mich zu ja du nicht mehr er weiß nicht was wir da machen ja guck der seiner löschen du kannst mit einem Jahrzehnt eine scheiße wäre ich würde aufgaben was kostet deinem was kostet man überhaupt nichts an meinen Rechner Flo da glaube ich anscheinend nicht so Alter wieso klinge ich euch denn nicht ich kann Headshots einfach nicht geben ich kann es nicht, ich kann haben ja Alex es, ey Alex es ich kann, ne ich glaub jetzt nicht mehr das ist das mal gar kein Spaß guck dir doch die Keycams an ja in der Keycam sieht man den Heck nicht du Mobbing ja ich ein Junge ganz ehrlich, ich kann auch aufnehmen von mir aus also ja das bringt was, welchen Heck nicht zu da zeigen du siehst nur in der Aufnahme wenn Wallhack oh 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 aber den hast ja nicht zum Treff ja aber dann siehst du ja guck dann siehst du aber keine Veränderungen beim Schießen bei mir als bei euch ja die siehst du auch nicht mehr Heck, was willst du denn da sehen, ganz ehrlich, ich sag's mir ja guck dir das an Alex es geht nicht du bist sechsmal gestorben alter ja ja guck Alex es ne, Moritz, ich nimm nächstes mal ohne Alex es auf, ich hab keinen Bock mehr auf ihn guck mal drei Kugeln auf deinem Kopf ja und er macht's mit einer, Alter ja guck, geht doch ja guck, geht doch was denn, ja Glückstreffer, nicht so wie bei... bei dem... oh wie ich umgeguckt Alter, meiner braucht zu lange zum Nachladen, Mann jetzt hab ich schon ein Trickbrett, Fahrer was? hä? ey, ganz ehrlich, nein, ich hab echt keinen F gedrückt ich schwöre das jetzt ich schwöre ich hab dich aber gedrückt hab ich aber nicht also was du denn jetzt? Leute, ich hab dich gar nicht gesehen ah nein ja, innerlich hey, ich hab dich voll im Bauch drauf ja, legst du es an, Mann Alter, jetzt ganz ehrlich, ne? was denn? nur, wenn ich... nur, wenn ich... nur, wenn ich treffe? ja, Alex richtig, weil du sonst den anderen Aufnahmen nicht so getroffen hast jetzt auf einmal, ja, guck ja, ich mag die Waffe, halt richtig, du magst die Waffe, das liegt guck mal, ich kann ihn mal schießen ja, es ist doch einfach nur mir gleich mit der, du musst einfach nur ein Kopf für es schießen ja, das kann ich nicht, keine Ahnung, irgendwie hab ich noch dran, ich schieße ihn mal im Bauch einfach ja, ich hab dich nicht so gut, als ich, und... da sag ich auch nicht die ganze Zeit doch, du, Flames, egal, doch, doch ja, weil ich sag doch nicht, du hackst doch, sagst du, der hat... ja, okay, guck, das ist genau dasselbe ja, guck mal, da stand ich genau vor dir und ich krieg den Handy nicht oh, er hat eine Granatie geworfen oh, lol, guck das mal an er hat eine Granatie geworfen weiß nicht, ne ja, Moritz es stirbt doch ja, Flo ja, genau hol Moritz da runter, Alexis, hörte mich nicht was wird das denn jetzt, Moritz? Moritz will's hart ich treffe mich ja, Junge ja, Junge, du kommst da mit Sniper runter, was wird das denn? ja, und? hätt'n du mich getötet, was dann? dann hätt'n du mich messern dürfen deshalb heißt ich die sogar zweimal messern alter alter ARnelle LOL warum bewegt sich mein da nicht mehr, lol Alexis, von woher wir geschossen? Alter du mein da visuals alter mein wie's mir wenn morality nicht Nein, nein, nein! Ich habe Snipernummer, 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 Snipernummer. Da ist eine Muni, da. Ja, ja, ich habe Muni. Da ist eine Muni! Ich glaube, ich habe noch mal Muni. Eine, eine, ein Schütte! Ja! Durch zwei Kanisterinnen! Wenn deine Mutter WoW spielen könnte. Ja, wenn sie auch nicht so das ist, finde. Hey, LOL. Alter, wie ich das hasse. Alter, manchmal lags voll, du bist schon längst weg und dann kommt es der Headshot. Ja. Einfach nur in den Rauch schießen. Was? Boah, der ging schnell. Gibt's doch! Boah! Was für... Ja, Junge, hör mal auf mit diesen Behinderten ducken! Ja, ducken, ducken, ducken! Das machen die Noobs, die nicht im Lauf geben können! Boah! 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 Finger rein! Hingen, guck weg, guck denn, wie da hinge... Okay... Beide mit einem Schuss, Alter! Boah, ist doch BAM, BAM! Was? Alter, das ist nur ne Lack, oder so was. Das ist nur ne Lack, oder so was. Das ist nur ne Lack, oder so was, ja. Komm nicht in mein Camp, halt. Such dir ein eigenes. Naja, wohin? Genau. Er legt es auf den Enkel und das nicht Werder oder so. Ja, ich wollte den Typen machen, halt. Alter. Moritz kommt den ganzen Tag angekrochen. Ey, sowas wird das nicht. Ja, ein Schuss, Alter. Vier, Alter. Ach, das hab ich schon wieder geblückt, ey. Ich krieg das automatisch. Ah, nein! Oh, okay, alles klar. Das war der Todes-Schlag. Ich weiß nicht, ich komm einfach auf... Ja, ich komm einfach auf... Ja, du kommst auf deine Mutter, die ich... Boah, ey. Das war überhaupt kein Hitshot. Das bin ich nicht. Das bin ich. Bug seid ihr Heck. Oh, schuldigung. Boah, unbedingt. Aufwand nicht auf dem Ausfall, das bin ich gefährlich. Ja, ich kann nicht verstehen, dass die Probleme habe ich auch mal. Moritz leckt bei mir immer voll. Boah, ja, ich hab mega geklickt grad, Alter. Ich hatte dich. Ich schieß einfach nur... Ja, das ist ja leicht, wenn du nix, aber ich hatte keine Muni. Ja, ja, ja. Ey, ich bin geduckt und in der Camp sehe ich mich nur aufstehen. Alter, jetzt geh ich nix mehr hin. Boah, ey, guck mal, ich bin in der Luft. Ah, Moritz! Screenshot! Alles klar, bis zum nächsten Mal.